Jo, was geht? Angefächtigt am Start heute mit einem neuen YouTube-Video. Und zwar geht es heute um die Bower Zone. Nicht nur irgendeine Bower Zone, sondern die Bower Zone, mit dem wir Chaos St. Harem in einem Bahnhof machen können. Da fragt euch jetzt, wie zur Hölle soll sowas gehen? Das werde ich euch alles gleich zeigen mit den jeweiligen Breakpoints, die ihr auf jeden Fall brechen müsst. Mit den Skills, die ihr skillt und mit dem Gear, das ihr benutzt. So, gehen wir jetzt mal rein. Warum ist das auf einmal Weibel oder ich habe ja versucht, Alternativen zu finden, weil ja, Hamadin und Berserk Wabe ist immer noch das S-Plus, der S-Plus-Bild für CS, aber es gibt trotzdem sehr gute Alternativen, wie ich im letzten Video gezeigt habe. Der Poison Negro und auch die Bower Zone, die muss ich sagen, macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Und ich finde, die geht ganz gut ab. Also mit der kann man ganz gut klären. Wenn man direkt ins CS geht, kann man so Wave 3 oder 4 wieder im Drohnen sein. Finde ich nicht schlecht. Und es macht einfach megamäßig Fun, mit Multishot da durchs CS zu flügen. So, jetzt ist die Frage, was hat es mit 2.4 geändert? Und zwar mit 2.4 hat einmal Multishot, glaube ich, nochmal ein Damage bekommen. Und zusätzlich hat Multishot den Guider Arrow als 12% Damage per Level bekommen. Also insgesamt 240% mehr Idee oder Damage. und das macht auch einiges aus. So, das haben wir gleich. Wir kommen erstmal zu den Skills dann. Multishot, klar, Maxen, ne? Guider Arrow, Maxen, 1 ist safe. Und zwar werdet ihr es manchmal benutzen, falls ihr keine Idee draufkriegt, zum Idee casten. Denn das Problem ist, bei Multishot, wir haben Atmas Karabeus, das Multishot castet, so wie ich das verstanden habe, laut Foren, erzielt oder kann dieses On-Strike vom Multishot nur die innersten Pfeile vom Multishot erzielen. Also nicht alle Pfeile, die rausgehen. Und Strafe kann halt mit jedem Pfeil, den er abschießt, also halt jedes Mal 10 Targets oder 10 Pfeile ED casten oder Amp Damage. Deswegen bekommt man hier auch schneller Amp Damage. Deswegen ein Punkt rein und dann bei Bedarf immer drauf attacken, damit man Amp Damage draufbekommt und dann Vollower Multishot rein. Außerdem habe ich hier noch Freezing Arrow und Cold Arrow gemacht. Aus dem Grund, weil Freezing Arrow ein wunderbarer CC-Skill ist. Denn ihr wisst alle, der Size und sein Mindest können richtig eklig sein und ohne Lorebringer zerreißen jemand bei den CS. Und ich habe mit Freezing Arrow einfach das ganze Problem rausgenommen. Ich CC fast alles im CS und Burst sie, oder was heißt Burst? Ich kill sie dann mit Multishot runter. Dann Chavelin Skills, gar nichts drin. Und Pets von Magic Skills da jeweils ein Punkt rein. Penetrate braucht ihr nur einen Punkt, damit ihr die des Max Ears, Max Eier erreicht, sowieso durch Faith und ich habe Mascarabeus. Pierce ist ganz wichtig. Habt, dass ihr neun Punkte drin habt. Ich habe mit BO neun Punkte, denn dann habt ihr 69% Chance und mit Razor-Teil habt ihr eine hundertprozentige Pierce-Chance. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr dann neun Punkte drin habt, dass eure Arrows immer durchpiercen. So, den Rest der Punkte habe ich dann einfach in den Grid gepackt. Ihr könnt euch vielleicht auch überlegen, ob ihr hier irgendwie einen Decoy oder so castet, damit ihr die ablenkt. Könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Ich habe mich jetzt einmal für Grid Strike entschieden. Vielleicht teste ich es mal nochmal aus, offline und modus nochmal um, aber sonst habt ihr quasi Freipunkte. Oder wenn ihr ein bisschen mehr mit Strafe spielen wollt, könnt ihr die restlichen Punkte in Strafe noch reinmachen für den Boss-Damage. So, jetzt kommen wir zu den Stuts und da ist es nicht so wie sonst immer. Da macht ihr genügend Stärke, damit ihr eure Items tragen kann und jetzt ist wichtig, ich habe geguckt, ich habe erst da komplett alles auf Decks, da ich mit der Arm aber auch ins CS, beziehungsweise in den Thron teilen möchte und nicht von den Souls komplett zernommen werden möchte, denn wenn ihr keine Live-Charms habt, habt ihr ungefähr 700 Live, was jetzt ehrlich gesagt sehr wenig ist. skillt ihr so ungefähr 200 Witt rein, damit ihr 1000 Live habt, dann den Rest in Dextility, dann habt ihr 1700 Damage, 1000 mehr Live, sorry. Und das Besondere da ist oder das Wichtige ist, je mehr Charms ihr später mit Live bekommt, je mehr Live bekommt, könnt ihr dann mehr Dextility rein skillen, also Respecken. Das heißt, ihr habt da immer optimal oder Optimierungspotenzial in jeder Point, in Damage oder in Dextility Boost and Damage. Wie gesagt, ihr könnt auch die Route gehen, einfach scheiß drauf, ich lasse alles von Vitality raus, ich packe alles in Dext rein, ich habe es halt einfach nur gemacht, einfach zur Safety, weil das soll ein Bild sein, mit dem man auch auf Level 99 leveln könnte und wie gesagt, da ist das Risiko einfach ein bisschen zu groß, dass bei 700 Live oder so ohne Live-Charms man da verreckt. Sobald man Live-Charms drin hat im Inventar, hat man dann auch mit relativ wenig Witt so an die 1500 Live, dann kann man auf jeden Fall immer noch mehr Punkte in Decks pumpen. Also einfach ein bisschen gucken, wie ihr es macht. Ich habe, ich finde es ein ganz, ganz guter Weg auf 1000 Live zu gehen und dann Base ohne Bio und dann den Rest in Decks rein zu packen. So, jetzt kommen wir zum Gear und da ist nämlich das sehr Interessante, ich habe Faith. Erstens, warum habe ich Faith und zweitens, warum habe ich einen Dainbow? Ganz einfach Grund, ich habe es ausgetestet. Windforce gegen Faith, ich kam aber nie dazu, dass Windforce besser wird, weil Windforce hat zwar den höheren Base-Damage, aber sobald man mehr Plus-Damage-Items hat, wird Faith immer besser, da es noch Idee hat und es quasi immer alles scaled. Das heißt, sobald ihr einen Charm mit vollem Max-Damage habt, auf jeden Fall Faith-Damage-Damage und auch so, denn ich werde euch gleich zeigen an den Ears-Calculator, gleich wenn wir zu Breakpoints kommen, werdet ihr mit einem Windforce und Atmas es nicht schaffen, auf die auf die sieben Attacks per Second zu kommen, ohne damit er, ohne dass ihr den Akt 1 wegnehmt und der krepiert dann einfach direkt weg im CS. Das heißt, habe ich festgenommen, wieso dann Diamond Bow, weil ich es gerade erwähnt habe, mit einem GB braucht ihr genauso 95 Ears, das schafft ihr, also ihr schafft es zu erreichen, ihr könnt dann aber kein Atmos tragen, was ein wichtiger Bestandteil ist, denn das M-Damage brauchen wir, um die Physical-Monster zu brechen und einfach noch viel mehr Damage rauszuballern. Deswegen habe ich mich für einen Diamond Bow entschieden, ihr könnt auch einen Shadow Bow nehmen, geht genauso gut, ich habe einen Diamond Bow genommen für den höheren Average Damage, der Shadow Bow hat glaube ich mehr Max-Damage, dafür weniger Min-Damage und ich glaube der Diamond Bow war relativ günstig, also ich habe für eine Ghoul, Easter oder Ghoul, habe ich in 14 ED ein Attack Rating Diamond Bow bekommen, also auf jeden Fall auch schauen, die sind relativ günstig, jetzt ist da aber eins wichtig, denn da habe ich gefällt, ihr braucht auf jeden Fall ein Level 14 Fana Aura für Faith in einem Diamond Bow, weil ich zeige es euch gleich mal, das Problem ist, wenn ihr nur ein Level 13er Faith habt, zeige ich jetzt mal gleich kurz im Moment, dann habt ihr nämlich nicht die maximalen Breakfine, das seht ihr, Level 14er Fana Aura mit 65 Ears, die wir hier haben, die haben wir insgesamt, 0 Ears von der Waffe, kommt ihr auf die 7 Frames per Tag, die ihr auf jeden Fall erreichen wollt, um am Schleswig zu schießen und ins beste Erlebnis zu haben und wenn ihr jetzt nur ein Faller oder ein Faller Level runter geht, habt ihr noch 8 Frames, die habe ich aktuell, es geht zwar auch gut, aber auf jeden Fall schauen, dass ihr diese 14 Ears habt, weil ein Frame pro Attack mehr ist schon sehr signifikant, ihr könnt zwar auch mit Level 13, wenn ihr dann auf 70 Ears hoch geht, habt ihr dann auch wieder die 7 Frames per Attack, das Problem ist, dann geht unsere ganz formula nicht mal auf, weil wir teilen ja auch und das zeige ich euch gleich, da brauchen wir auch noch gewisse Items, damit wir die ihr oder die FCR Breakpoints knacken, gehen wir auf jeden Fall weiter, auf jeden Fall festzuhalten, ich würde euch raten oder ich würde auf jeden Fall Faith in the Diamond oder Shadow Bow mindestens 14er Fan Aura, wenn ihr es sich zutraut zu bauen, ich meine, er ist echt schäbig gerollt, dann einfach einkaufen, kann halt relativ teuer werden. So, dann ganz normal Annie, brauchen wir zum Teilen, hat Faser on Walk, also ja, drumherum kommen wir nicht. Hier ist nämlich das nächste Besondere, hier braucht ihr auf jeden Fall ein Diadem oder ein Helm mit 20 FCR, denn nur so brecht ihr die 98 FCR, die ihr braucht, um den Breakpoint zu haben, damit die Amma nicht ganz so Potato Teile, also sie hat zwar immer noch Potato Teile in Frames, aber es geht so ein bisschen besser und außerdem macht ihr noch 3 15 Ias Juwele rein, damit ihr die 65 Ias brecht oder erreicht, die ihr braucht für die maximalen Frames per Tag, ihr könnt später, wenn ihr noch genügend könnt, ihr habt euch dann 15 Ias 40 ET-Juwele holen, das steigert euren Damage nochmal sehr hoch, ich bin mir nicht sicher, aber ne, ich hab den ich hab alles beim Offline-Char das nehm ich grad mal Online-Char ich zeig euch gleich nochmal in Offline-Char da bekommt ihr auf jeden Fall nochmal sehr sehr viel Damage dazu also dann wie ich es gerade schon erwähnt habe der Atmas Amp-Damage ist das Hauptbestandteil Attack-Rating ist ganz nice brauchen wir es aber nicht unbedingt so als War-Traveler äh sorry als War-Traveler warum wegen diesem 15 bis 25 Damage ihr seht es sind 200 Screen-Damage also das sind für Boots sehr krass deswegen auf jeden Fall War-Travelers nehmen als Ring ganz wichtig ein Dual-Leach-Ring nehmen mit Dexility vielleicht statt Dexility noch Max-Damage nehmen bin ich mir nicht sicher ob das besser ist weil ihr könnt entweder Dexility oder Max-Damage kriegen es sind drei Brief-Präfixe aber der Ring ist ganz nice mit 5 All-Aus 15 Decks Attack-Rating braucht ihr eigentlich gar nicht weil wie gesagt durch Faith Penetrate und Admascara Beos habt ihr auf jeden Fall genügend Attack-Rating damit ihr auf 95% Chance-Hit kommt aber auf jeden Fall Dual-Leach ist auf jeden Fall ein Muss müsst ihr auf jeden Fall holen damit ihr Mana und Live-Leach habt und dann halt als drittes Dex oder Max-Damage so dann als Spell Razortail hat eigentlich nur geiles Starts Piercing-Attack brauchen wir um die 100% Penetrate voll zugegeben wie ich es erwähnt habe 15 Decks 10 Max-Damage boostet also Monster Damage so dann Raven der ist auch Pflicht wegen dem Canopy Frozen damit ihr nicht ja gefroren werdet und hat auch Decks drauf Mana Cold Absorb alles noch nice Sachen so zum Schluss Langer Fans da ist jetzt die Frage wieso benutze ich keine Boo oder keine Cloths mit irgendwie Crushing Blow 20 years 2 zu Bow Skills und zwar wegen diesen 350% Damage und Demons denn wir attacken ja auch hauptsächlich Demons im CS und da gerade für Infektor sind diese 53% Damage einfach ohne das Gleiche also ich kann zwar ausprobieren ob Crushing Blow Armschienen besser sind ich glaube es aber nicht also diese 350% Damage sind einfach sehr krass ich werde es aber auf jeden Fall nochmal testen und auch in die Kommentare noch reinschreiben falls es damit besser geht die IAs brauchen wir damit die 65 Frames knacken 65 IAs so jetzt im Inventar dazu komme ich gleich Max Damage 10 Max Damage mit so es geht live nehmen ich habe mich extra für Max Damage entschieden für die Grand Charm Variante ihr bekommt 1 mehr Max Damage zwar weniger live aber es sind hier pro Charm nochmal 4 Max Damage mehr was ich ganz geil finde hier einfach noch schauen dass ihr jeweils 10 Max Damage bekommt die die also die hole ich mir nachher nach noch dann Anni auch schauen dass ihr so wie möglich Attribute holt hole ich mir auch noch einen besseren Torch das gleiche Standard und hier einfach Max Damage haben hier habe ich zwar noch 2 All Resin brauche ich aber nicht wirklich weil ich habe mit meinem Off Slot sowieso Max Max Resissor jetzt ist nämlich wichtig jetzt komme ich noch der Off Slot und zwar zeige es euch jetzt einmal mal kurz da macht ihr immer am Anfang vom Game wie ich das schon beim Dreamer gezeigt habe ich finde es jetzt aber nicht so schlimm kaste einmal BO hab 1000 siebener live ein Skill mehr dann geht ihr auf Wizard Spike um dann habt ihr ziemlich viel Mana seit Max Allers und wir den 98er Breakpoint da kommen wir jetzt gleich dazu dann für Merck und da ist jetzt bin ich aktuell noch am testen er hat jetzt aktuell Infinity an wegen dem Damage vom Freezing Error denn wenn die Stoneskin haben und gerade ein Infektor ist er trotzdem mit Stoneskin sehr schwer zu killen da benutze ich dann oft auch Freezing Error weil der macht auch durch die Conf Aura dann sehr gut Damage da könnt ich überlegen oder ich teste aktuell sogar aus ich habe mir vorhin Bright geholt ob ich nicht Bright nehme dass ich einfach wirklich nur noch Multishot casten kann oder Multishot schießen kann damit ich einfach noch höheren Physical Damage habe dann als Brust könnt ihr entweder Forti nehmen oder zum Beispiel COH wenn ich merke aktuell man merkt grippt doch einer das schafft den CC aufrecht zu halten weg könnt ihr euch auch eine COH nehmen und als Helm eine Andarels Visage anfangen Mineral Rune best case dann mit einem IAS Juwel und Fire Rest so jetzt kommen wir zu den Break Points wie gesagt 65 IAS habt ihr 70 Faster Run Walk und Canopy Frozen 53% Damage Demons ja alles nice und Dulid jetzt kommt sie aber ihr braucht 98% FCR die habt ihr erreicht denn das ist der nächste Breakpoint von der Amazone deswegen braucht ihr hier sowohl Spirit als auch Wizards Bike deswegen wichtig beides mitnehmen so dann zeige ich euch einfach mal kurz einen Showcase aber auf meinem Offline Char wir gucken uns gleich auch noch einen Showcase von meinem Stream an damit ihr es auch vom live im Stream seht damit das funktioniert so die hat nämlich hier den 14er Faith damit ich das maximale years Breakpoint habe und dem hier habe ich einfach mal einen Pride angezogen so dann guck noch mal P8 ja und dann geht es einfach rein ne und wie gesagt also der Bild er macht wirklich mega Bock also wirklich es ist einfach was anderes und ich finde Bauersong sowieso meine Lieblings mein Lieblings Back egal in welchem Action RPG so jetzt hier seht ihr einfach hier schauen dass alle CC werden und dann einfach Feuer frei so ihr seht schon das geht super schnell einfach wie gesagt wichtig ist immer dass ihr CC schauen dass M-Damage drauf kommt sobald M-Damage drauf kommt und auf jeden Fall nicht vernachlässigt damit alle gefreezt sind ja und dann einfach rein ich glaube der ist schon tot ja er ist schon tot lol okay gar nicht gesehen so hier ist die Service also ihr seht es geht echt gut so das einzige Problem vielleicht ist dass ihr in 8p vielleicht mit Diablo Probleme habt aber ich finde wenn ihr so weit seid damit ihr Diablo killen müsst für die xp oder so dann habt ihr meistens noch einen dabei also ich kill den mit Freezing Arrow was was auch länger dauert also ihr seht das vielleicht das einzige was bisschen länger dauert dauert aber soll ja nicht so ein Boss Hunter sein und das ist immer in 8p so so den Damage für die ganzen CS Season weiter reicht macht mega Damage macht mega Bock ich zeige euch jetzt noch kurz ein Video von meinem Stream so gehen wir kurz auf einen anderen Monitor besser hinbekommen direkt man merkt auch nicht so und so das ist noch die Amazone mit aktuell Infinity habe ich am rumtesten und halt mit noch dem 8er Breakpoint muss mein neues Faith bauen noch aber das ist auch in einem normalen Ball und ihr seht also wie gesagt da hab ich aktuell rum probieren es ist halt sehr wichtig das Positioning bei dem Charter dass er nicht so viel live hat es geht also durch eure Dodge Skills und so weiter könnt ihr relativ viele werden aber das Positioning ist sehr wichtig auch für den Damage also müsst ihr auch bisschen rumprobieren aber ihr seht also sobald die mal M Damage drauf haben dann gehen die einfach runter wie und dann einfach noch Granvis kill ihr könnt euch auch überlegen ob er den mit Freezing Arrow kill habt ihr gesehen so jetzt noch kurz Diablo und dann sehen wir ich bin gar nicht sicher wann ich dann im Thron bin also ist auf jeden Fall wie gesagt der Bild er macht wirklich sehr viel Spaß und es wird auch mein neuer Main Bild bleiben und ja also es hat meine Erwartungen vollstens übertroffen und ich werde auf jeden Fall bis die neue Letter losgeht werde ich den zocken jetzt gucken wir mal kurz wann ich wieder in die ja jetzt habe ich noch mega viel Zeit gelassen wann ich so mal kurz wann bin ich wahrscheinlich wenn schon Ball Waves down waren oder ne Akt 4 gehen obwohl ich so ein bisschen getrönt habe also ihr habt es gesehen geht sehr gut und also wie gesagt ich habe schon auch genug gesagt aber Bo Amazon Bo ist einfach Liebe egal in welchem Spiel PoE Last Epoch D2 ich habe immer Bock auf Bo und er geht wirklich gut ab es ist ein sehr teurer Bild aber das ist auch absolut nicht möglich mit einem normalen Bild oder der nicht teuer ist außer Zammadin CS zu machen im 8p das ist fast nicht möglich also er ist teuer wie gesagt ich habe hier dafür eine Sur gezahlt eine ja hier eine Enigma mit ja entweder Bright halt hier oder mit Infinity mit 2 Bär aber wenn ihr halt genügen könnt ihr habt zu dem Zeitpunkt der Leiter baut ihn euch wirklich so dann jetzt noch mein Fazit ihr seht immer wieder dass man auch nicht nur mit dem Hamadin oder nicht nur mit dem Berserk nicht nur mit diesen ganzen Metaklassen die wir seit 20 Jahren kennen hier im CS rum hammern können sondern es gibt auch immer wieder so andere Chars mit denen man auch gut CS machen kann auch zuverlässig ich bin zwar 2-3 Mal gestorben aber es war einfach auch alles aus eigener Dummheit weil ich vergessen habe den Pot zu drücken gefett fingert habe und so weiter mit dem Char geht es auf jeden Fall sehr gut ich werde ich werde vielleicht noch mal so in 1-2 Wochen 3-Wochen vielleicht ein Update dazu machen auf jeden Fall meine Empfehlung an euch baut ihn einfach so nach ihr könnt gerne Fragen stellen wenn noch irgendwas unklar ist ich stehe immer gern zur Verfügung dann würde ich mich auch sehr über ein gefällt mir nach oben freuen wenn es gefallen hat außerdem über ein subscribe und ich stream außerdem viermal die Woche auf Twitch Montag Donnerstag 20 30 bis 23 Uhr Freitag Samstag 23 bis 3 Uhr ich hoffe wir sehen uns mal im stream würde mich sehr freuen könnt ihr vielleicht auch kurz hier kommentar da lassen hier hey ich bin vom youtube da oder so würde mich sehr freuen ja ich zocke immer mit euch gerne und dann sehen wir hoffentlich uns entweder beim nächsten video oder in meinem stream ciao